Ich habe jetzt gedacht, wir entscheiden uns für eine Person und haben dann eine kleine Story. Tag 236, okay. Ich denke, du musst, wenn du so viel verloren hast, aber ich habe immer noch Angst. Bekka ist ein guter Kind. Es sind die Zeit, und sie wird durch das. Aber wenn wir sie auszüben, auszüben, was ich gesehen habe... Danke, Stephanie. Danke. Bekka, das war großartig. Danke, Sis. Du denkst, wir können so etwas wie das jede Woche machen? Das ist eine großartige Idee. Vielleicht können wir alle auf das, wie ein gewöhnlicher Talent Show. Das war großartig, Bekka. Wir können alle ein bisschen mehr Musik in unsere Leben. Ich habe dir gesagt, dass ich in eine Band gespielt habe? Ja, Roman, du hast uns gesagt. Sie wollen es wieder hören. Okay, okay. In diesem Fall, gehen wir zurück nach Arbeit. Oh, und dank der Arbeit von Boyd auf der Vegetable Garten, wir haben heute eine frische Suppe. Okay, gehen wir an. Willst du mich und Shell helfen, die Inspektion zu machen? Cool. Du schaust die Flaschläte diese Zeit. Ich schaue die Fächer. Okay, das ist also Shell. Ich wollte nur mal gucken. Einfach nur mal looky looky machen. Okay. Okay. Dann helfen wir Roman, wenn ich weiß, wo es lang geht. Ist der nicht auch da eben langgegangen? Öde Wand? Hängt da immer was? Okay. Also ich werde mal auch gucken, wie ich das mache mit den, ah okay, ich muss hier bestimmt durch, mit den Episoden. Ich denke mal, ich werde die Person einzeln machen, denke ich mal. Ich muss nochmal gucken, wie ich das mache. Na Gott sei Dank habe ich das Problem nicht. Ich trinke nämlich keinen Kaffee. Und wenn ich mal Kaffee trinke, dann mit ganz, ganz viel Milch und ganz viel Zucker. Aber das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Also ich bin Gott sei Dank nicht so diejenige, die sagt, boah, ohne Kaffee kann ich nicht aufstehen. So, dann gehen wir mal in die Vorratskammer und helfen mal Roman. Oh, fuck. Oh, fuck. Er ist Hunger. Ich denke, er weiß, dass es die Tag zu essen ist. Oh, Gott. Ich fühle mich schlecht, um es zu tun. Ja, well, am wenigsten haben wir einen Weg, um sie zu nutzen. Du weißt, deine Freundin sagt, sie wäre nicht so. Roman, wir haben das gesprochen. Bekka braucht nicht mit diesem Thema. Ich weiß, du denkst, dass sie eine einfache Leben ist, was besser ist. Aber das ist wirklich nicht. Das ist weit weg von einer einfache Leben, Roman. Du weißt, was ich meine. Sie muss wissen, was wir machen müssen, um in diesem Welt zu leben. Als sie weiß, wie sich selbst zu retten, ist es gut. Ich will sie nicht stoppen, um die Leute zu interessieren. Okay. Was ist das, Aiden? Ich weiß nicht. Ich werde es schauen. Ich muss zurück nach vorne. Ich freue mich auf dieses Sout. Okay, das ist also ihre Wachhunde. Die Frage ist, woher kriegen sie das Essen bitte? Wie verfüttern die denn da bitte? Du musst nicht so dicht hin. Ob das so eine gute Idee ist? Hä? Was denn? Oh nein! Oh nein! Okay, der arme Hund. Aber ich fühle mich hier nicht sicher, muss ich sagen. Auch wenn die angekettet sind. Oh, die schmatzen! Alter Falter! Geh weit weg. Kann ich wieder rein? Ich möchte wieder rein. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ist die das... Wahnsinn! Was ist dein Problem? Ich mache das immer. Du bist nicht alle schmerzen. Du kannst einfach... Du kannst nicht auf die Leute gehen. Nicht mehr. Es ist nicht sicher. Aber... Was, wenn ich ein Weapon hatte? Ich hätte gedacht, du wärst ein Walker. Was bist du denn? Ich... 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 Ich habe gerade gesehen, dass wir unsere Walkers zurück nach hinten essen. Ein Puppi? Ja. Ich glaube, es hat mich einfach... Ich glaube, es war so klein. Es war so klein. Du denkst nicht mehr über Kinder mehr, aber... nach einem Zeitpunkt, du einfach akzeptierst, dass das alles ist. Ja. Ich glaube, du... Ich glaube, du vergessen. Genau. Aber dann... Du weißt... Und da ist es. Du siehst, und du willst sie schützen, und... Und... Und jetzt ist es weg. Das tut mir leid. Vielleicht, wenn Clive sterben, dann können wir ihn da rausziehen. Er würde auch einen besseren Watchdog machen. Becca... Shell! Becca! Something ist draußen. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Something schlecht. Wir müssen Roman finden. Wird wohl nichts mit Suppe essen, wa? Scheiße aber auch. Was ist denn los? Was? Hinrichtung jetzt, oder was? My God! What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No. They didn't get that close. Oh, sorry. Sorry, Leute. Ich bin schon wieder raus. Na toll, jetzt kann ich nicht antworten. Ein zweites Freak-In, den letzten paar Wochen gingen. Last time we couldn't catch him. And they got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. He just came in here for food. We should just give him something. Send him on his way. But what if there are more of them? He could have been Scalpin. That's right. Er könnte ein Teil einer größeren Gruppe sein. Wenn es mehr gibt, glaube ich, dass wir ihn sehen würden. Ich meine, niemand läuft alleine von wählen, oder? Wir können nicht den Risiko erinnern, aber warum nicht ihn bleiben? Ich glaube, das wäre okay. Wir können immer noch mehr Hand nehmen, um den Ort sicherzustellen. Boy, wir brauchen keine mehr Leute hier. Dann schau mal ihn. Er kann nicht sogar Englisch sprechen. Dieser Gruppe funktioniert, weil wir wissen, wie wir kommunizieren. Wir können einen Weg finden, um ihn zu helfen. Er ist nicht hier. Du lässt in einen Strangler, und alles beginnt zu verbrechen. Der letzte Mal, wir haben das gemacht, wir verloren. Und dann Vernon, mit dem verdammt Boat. Vernon und der Boat sind der Grund die Gruppe entfernt. Wir glauben nicht in die Strangler. Wir verraten der Boat von der Teenagige Kind. Ah! Das stimmt! Das raffe ich jetzt erst! Wir lassen diesen Mann gehen und nehmen unsere Chancen. Oder wir töten ihn. Jesus Christus! Was? Are you serious? Roman ist richtig. Es muss ein oder andere sein sein. Wir lassen ihn gehen. Es ist die einzige richtige Sache zu tun. Ich sage dir, wir können das nicht tun. Aber ihn töten? Ist das wirklich die Antwort? Stephanie. Boyd. Sie zwei nicht denken, wir sollten ihn töten. Wir wissen, wo Joyce und Clive stehen auf dem Thema. Du bist hier der Schwungvote, Shell. Was wird es? Wir müssen ihn frei sein. Wir müssen ihn frei sein. Er ist nicht sogar armiert. Wir können ihn nicht nur töten. Das ist nicht in self-defense. Ist das nicht? Wenn es bedeutet, dass er nicht zurückkommen ist, um uns zu schützen? Das ist nicht die gleiche Sache. Aber letzte Woche. Joyce, das war eine lange Zeit. Wir töten. Wenn wir diesen Mann töten, dann sind wir ein Teil von uns selbst, die wir nie zurückkommen können. Ich bin nicht bereit, um das zu gehen zu lassen. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung. Wir haben drei oder vier Kamm, nur als ein gestor von guter Hoffnung. Wir müssen ihn rauskommen. Ich weiß nicht, ob Sie ein Wort verstehen können, aber Sie sollten das besser verstehen. Sie kamen so nah an die Todes. Und wenn Sie, EVER kommen zu diesem Ort wieder einmal, oder sagen Sie jemandem, wo wir sind, Sie wünschen, Sie hätten sterben heute. Tag 259. Hast du noch vier? Nein. Was ist das für ein Spiel? Jep. Das ist das Richtige, was zu machen. Wie geht es um das Richtige? Das ist das Richtige. Wie geht es um die Beine? Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Und dann ist es. Das Richtige. hinter den Städten. Becker, Sie sind wieder rausgekommen? Oh Gott. Sie wissen, wie gefährlich das ist? Das ist nicht gefährlich. Es ist kein gefährliches. Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Okay. Es kann definitiv nichts Gutes sein. Mensch, das ist ja sehr farbenfroh. Reden wir mal mit Joyce. Was? Okay. 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 Coolön. 화 Es ist Stefanie. Sie hat ein paar Supplieren und versucht zu erheben. Oh mein Gott! Was für die Hölle macht sie das? Roman sagt, wir müssen sie... Killen sie? Ja. Warum macht sie das mit uns? Sie ist einfach Angst. Sie hat einen Fehler gemacht. Das wird unsere letzte Fehler gemacht. Becca! Stefanie ist deine Freundin! Der Freund war mein Freund. Roman will mich, das zu tun. Oh, sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there, in the drawer. Alter, die Schwester, die hat ja... Die ist ja ganz schön abgebrüht, ne? Ja. Du kennst, wir müssen das nicht machen. Wir können nur gehen. Was? Wir haben selbst überlebt. Wenn wir nur gehen können, können wir hier raus, bevor jeder kann es tun. Richtig. Dann erschieß ich halt Roman. Nein. Ja. Ja. Dann mach doch. Große Klappe und nichts dahinter, ne? Ah. Nein. Tut mir leid, aber nein. Was? Was machst du denn? Shell? Shell? What the hell? Ist mir scheißegal. Shell! Hey! Katz mich mal. What the fuck? Goddammit! Was soll ein, Anna? Nicht mehr alle am Lattenzaun. Forget it. Okay. Machen wir mal mit Wade weiter.